so weiter geht's mit grid und dem hier so gucken wir mal wie in der lackierung ja das jetzt gerade nicht genommen warum auch immer auch jetzt drei runden was steht heute auf dem programm also stockfahrer sind echt gut bei engen rennen sie haben geradezu verinnerlicht wie man überholmanöver vorbereitet und sich durchsetzt alles klar ich denke uns erwartet ein großartiges rennen wir sind gleich wieder da auf geht's jetzt sind wir wieder auf zwölf genau ich habe weggerammt und der kriegt den zeit scharf oder was ich muss das hier quasi gewinnen du bist in der mitte des feldes und kommst in runde 2 jeder lieber auf abstand das ist nicht aus dem rennenberg so jetzt möchte ich die drei da vorne mal ein bisschen abhängig ich habe jetzt zwei sekunden zeit schwarze meine meine nach und zu recht aber ja dann kann man sich eh nicht mehr abhaken nach vorne geht's so ich bin jetzt irgendwie vorbei genau so jetzt muss ich da vorne bis jetzt in der letzten runde bleib in führung letzte runde so die frage ist ob wir das hier geringen so die frage ist ob wir das hier geringen jetzt wird das aufbauen so ja jetzt wird es nicht reichen wenn man sieht jetzt weiter scheiße kann ich mir nie wecken den Humboldt-Club weg. Ah, es ist knapp gewesen. Wenn es so mehr geben müsste, wäre ich durch gewesen mit dem ersten Platz, aber egal. Zweiter. Schöne Zeit, Raffelei. Naja, egal. So, das nächste Ding ist das hier. Bis morgen.